Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute zur Jubiläumssendung die 30. Serie Lichtblicke und Wegweiser. Heute haben wir eine außergewöhnliche Botschaft mitgebracht. Und zwar, man kann irgendwo angekettet sein und man glaubt, man ist eingeschränkt und das Leben hat keinen Sinn. Aber wir werden heute das Gegenteil beweisen. Es gibt so viele Perspektiven. Freizehn Kretz mit mir. Ich habe den Bergdoktor mitgebracht, den Hans Siegl. Lieber Hans, wir werden heute reden miteinander über ganz viele Wunder, die die Menschen nicht sehen und über Wunder, die alle fesseln, sprengen. Und ich freue mich jetzt so sehr, mit dir einzutauchen in die Jubiläumssendung. Danke für die Einladung, Marianne. Ich bin sehr gerüht über diese Einführung und ich hoffe, die kann dem gerecht werden. Aber ich freue mich sehr, dass wir uns nach einigen Jahren wiedersehen. Ich freue mich sehr. Wir sind natürlich sehr stolz, dass wir bei dir, vor allem für dich, Marianne, dass wir da auch Teil davon sein dürfen, dass wir die Jubiläumssendung heute mit Hans Siegl, bei uns da beim Stanglwirt, machen haben dürfen oder machen dürfen. Und das Thema, was du gerade aufgreifst, eben, dass man wieder einfach eine Freude hat und dass man auch Begeisterungsfähigkeit haben kann, auch für kleine Dinge im Leben und für die Natur, was eben bei uns da hingeworgen sowieso unfassbar schön ist. Das ist natürlich auch genau das, was wir leben. Lieber Hans, ich habe so ein bisschen recherchiert und du wirst immer wieder zitiert in den Medien als gute Laune Bär. Ist es so? Okay. Bist du immer oder meistens gut gelaunt? Ich würde von mir denken, doch, ja, eigentlich schon. Es gibt natürlich immer so kleine Ausrutscher, die ich mir dann selber als Ausrutscher dann konstatiere. Aber ich habe schon das Gefühl, also der Aufruf an mich selber ist schon immer gut gelaunt zu sein. Hans, wenn wir jetzt so ein bisschen die Welt beleuchten, mit dem heutigen Tag, wie siehst du aus heutiger Sicht diesen Tag, diese Zeit und diese Welt? Auf der einen Seite ist es natürlich bedrückend, wenn man auf das große Ganze schaut, weil die Lösungsansätze, finde ich, wahrscheinlich im Moment schwierig zu finden sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass aber dadurch aus dieser Situation heraus die Hoffnung noch stärker ist, bei den Menschen spürbar ist, durch eine weltweite Vernetzung, die uns aber wiederum viel näher an die Geschehen bringt, die wir eigentlich, ja, wo wir nicht dabei sind, die weit weg sind, also sprich soziale Medien etc. Und das ist eine ganz seltsame Mischkulanz. Und die Frage ist insofern interessant, weil ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, was hat sich verändert in den letzten zehn Jahren oder so. Wir Ende der Staffel jetzt im Bergdoktor, 17 Jahre, was war damals anders? Und das sind natürlich viele Momente entstanden, die gefährlicher sind. Es ist, wir haben es wieder mit der grausamen Fratze des Antisemitismus zu tun, in einer Form von, in der wir vor Jahren nicht so damit gerechnet hätten, dass es wieder passiert ist oder passieren wird. Eine Mischung, die die Menschen, glaube ich, sehr unsicher sein lässt und gleichzeitig aber aufruft, wach zu sein und an dem Ganzen teilzunehmen. Also es ist eine sehr aktive Zeit. Die Zeiten, wo man einfach sagt, okay, das ist alles super, das wird schon, das passt schon. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, man muss ganz genau hinschauen, was passiert und in welche Richtung, dass sie das entwickelt. Also hoffnungsvoll, aber nicht ganz aussichtslos. Ich habe bei einer der letzten Sendungen mit dem Professor Haller gesprochen und der hat gesagt, es ist viel zu wenig Wertschätzung und Liebe da im Umgang mit den Menschen. Siehst du das auch so? Grundsätzlich unterschreibe ich das. Also das Wort Empathie ist, glaube ich, auch seit Jahren in Management-Seminaren und bei vielen anderen gewinnt es an Wert und wird immer wichtiger, weil es offensichtlich gelehrt werden muss. Früher hieß es Nächstenliebe, das war dann sehr christlich. Jetzt reden wir von Empathie, dann ist es die Achtsamkeit. Dann wurde aus der Achtsamkeit die liebevolle Achtsamkeit. Also Achtsamkeit an sich reicht ja nicht, also muss man nicht liebevolle Achtsamkeit ausmachen. Und der Wertewandel in den Gesellschaften, sprich den zeitlichen Gesellschaften von 10, 20 Jahren bis zu heute, finde ich im Moment schwierig, weil der Generation Gap, also das, was zwischen den Generationen passiert, das war immer relativ einfach zu lösen und einfach zu betrachten. Mir fällt auf, lieber Hans, dass die jungen Menschen von uns Erwachsenen oft nicht mehr abgeholt werden. Und dass wir sie nicht begeistern, dass wir miteinander den Weg gehen. Mir kommt vor, dass man sie oft alleine im Regen stehen lässt. Das merke ich oft, wenn ich Gespräche für die Jungbürger feiern, dass die jungen Leute oft sagen, ich möchte auch mit euch oder holt es uns ab und tun wir doch gemeinsam. Also mir kommt vor, wir lassen sie im Regen stehen. Man muss da, glaube ich, ganz vorsichtig sein mit so Verallgemeinerungen. Auf der einen Seite gibt es natürlich solche Situationen, auf der anderen Seite sehe ich aber auch Familien, wo die Jungen viel zu sehr abgeholt werden und die noch nicht einmal die Möglichkeit haben, sich selber zu entwickeln. Und die werden so abgeholt, dass, also die wissen gar nicht mehr, wie abgeholt sie sind, weil sie dann, denen wird alles vorgegeben. Und man hat einmal vor ein paar Jahren im Kabarett den Spaß gemacht, dass die Kinder mit zwei von den Helikoptereltern, die Kinder, die zwei Jahre alt sind, lernen Mandarin und Xylophon und alle Fremdsprachen der Welt und werden in die Welt hinaus erzogen quasi, aber niemand lässt sie los. Jetzt ist es zehn Jahre später und jetzt kommt plötzlich die andere Geschichte wieder, wo man sagt, die werden nicht abgeholt. Und dieses nicht abgeholt werden, finde ich immer ein bisschen problematisch. Also in meiner Jugend, geht es schwer los, früher in meiner Jugend, ich finde, es gehört doch dazu, dass man sich als junger Mensch seinen eigenen Weg sucht und man muss da nicht immer abgeholt werden. Manchmal muss man sich auch entweder abholen lassen oder sich seinen eigenen Weg bahnen. Und diese Verantwortung, die da jetzt in diese Geschichte reingelegt wird, auf die Erwachsenen, teile ich nicht ganz, muss ich sagen. Also ich finde, es tut den jungen Leuten schon gut, wenn man sagt, du schau einfach selbst, wenn du weiterkommst. Es war immer ein guter Rat, dass man seinen eigenen Weg sucht und den auch findet. Und die Eltern sind ab einem gewissen Punkt Versorger und nicht mehr Abholer, Bringer oder Wegbereiter. Hans, wer ist eigentlich oder wer war oder ist dein größtes Vorbild? Beruflich gesehen habe ich mit dem Sigi Rauch immer einen totalen Rolemodel gesehen, wo ich gesagt habe, das ist ein Kollege, der mich inspiriert hat. Der war am Set mit 80 so vital und dabei, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich auch erleben in dem Alter. Da habe ich jetzt noch ein paar Jahre dazu. Und der war immer präsent und den fand ich beruflich toll. Und ansonsten bin ich, glaube ich, vorbildfrei durchs Leben gekommen. Findest du, dass das Zivilcourage, das Wort verwende ich immer wieder bei der Serie Lichtblicke und Wegweiser, dass das Wort Zivilcourage, dass das in Zeiten wie diesen noch präsent ist? Es ist zu wenig präsent. Man muss natürlich auch wieder definieren, was ist in Zeiten wie diesen Zivilcourage. Ich finde, dass die viel zitierten Klimakleber ein großes Maß an Zivilcourage bieten, auch wenn man jetzt nicht unbedingt einer Meinung sein muss mit der Art des Protestes und der Art der Umsetzung. Aber die Zivilcourage, die diese jungen Menschen einsetzen, mittlerweile leider Gottes mit Leib und Leben, das finde ich eine Form von Zivilcourage, die verlangt mir großen Respekt ab. Ich bin aber nicht unbedingt mit jeder Aktion einverstanden, die sie so liefern. Aber das ist Zivilcourage. Und das andere hoffe ich, dass, wenn wir zum Thema Antisemitismus uns umschauen, was da gerade passiert, dass da die Zivilcourage zunimmt, um Menschen, die das eben anders sehen, entgegenzutreten. Wann hast du zuletzt mit deinen Händen etwas geschaffen, was dich stolz gemacht hat? So mit den Händen geschaffen, das ist, gute Frage, was habe ich denn gemacht? Ein Bild gemalt, so etwas ist, gilt das auch? Ein Bild gemalt, eine Zeichnung gemacht oder so etwas? Das gilt auch, okay. Dann habe ich das letzte Woche gemacht. Man denkt ja viel zu wenig darüber nach, dass man zum Beispiel gesunde Hände hat. Und dass man zum Beispiel die Knöpfe zumachen kann oder sich die Nase kratzen kann oder sich die Tränen abwischen kann. Deshalb habe ich die Frage gestellt, weil man oft überhaupt nicht darüber nachdenkt, wenn die Nase zum Beispiel beißt oder wenn du was trinkst und du und ich möchte auch was trinken. Machst du was trinken? Darauf führt die Moderation nicht. Jetzt habe ich es. Nein, danke. Achso, das kann ich sagen. Mach mal, dass man oft zu wenig darüber nachdenkt. Ach, das habe ich heute gerade gemacht am Set. Da war unser Boomer, unser Tonangler, der Tonassistent. Der hat große Verspannungen immer, weil er immer das Ding halten muss. Und den habe ich heute mit meinen Händen durchmassiert und dann ist er wieder besser gegangen. Hans, was hältst du von der künstlichen Intelligenz? Ja, Fluch oder Segen, das wird sich zeigen, was der Mensch daraus macht. Und wir werden uns alle umschauen, was in 10, 20 Jahren auch mit KI möglich ist. Im guten, also im schlechten Sinn. Das ist immer die Frage. Die Kernspaltung war eigentlich eine coole Geschichte. Der Mensch hat sich versaut. Die künstliche Intelligenz wird sicher auch in eurem Bereich des Schauspiels, oder? Das wird ja sicher auch alles eingesetzt. Braucht man eigentlich dann überhaupt noch? Ja, uns braucht man schon im Moment. Es würde noch viele andere Dinge geben, wo man uns die Produktion schon erleichtern würde. Aber bis es dann so weit sein wird, dass es vielleicht den Bergdoktor noch weitergibt, obwohl es Miniamer gibt, ist es natürlich eine steile These. Aber warum nicht? Ich fand es auch gut. Was noch, können die Leute nur 50 Jahre fragen, jetzt kriegt er mal eine Neige oder nicht? Man könnte das Publikum fragen und mit KI endlich die passende Partnerin für den Martin Gruber schaffen. Dann würde man eine Umfrage machen, dann würde man sagen, die muss so sein, die muss so sein und dann würde die KI die perfekt neu machen. Du bist ein, man hat so das Gefühl, ein fröhlicher Mensch, ein Mensch, der sehr dankbar ist und glücklich ist. Was gibst du dem Leben zurück? Den Output, den ein Schauspieler, ein Künstler hat, der ist ja darauf abgezielt, was zurückzugeben. Jetzt kann man sich darüber streiten, warum wird jemand Schauspieler, warum wird jemand Künstler. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich habe den Pragmatischen gewählt. Ich wollte einfach Publikum einen schönen Abend generieren im Theater, dass dann die Stücke aufgeführt werden, die müssen funktionieren. Es gibt andere Kollegen, die finden es super, wenn sie Applaus hören. Es gibt andere Kollegen, die sind sehr mit der Psyche von Figuren beschäftigt. Es gibt Kollegen, die wollen ihren Körper umsetzen. Also es gibt verschiedene Ansätze. Ich glaube aber, dass die Kunst, die Live-Kunst zum Beispiel, das ist immer ein wahnsinnig toller Austausch von Energien. Und das ist so, glaube ich, mein Zurückgeben, mein dankbares Zurückgeben an das, was ich kriege dann oder gekriegt habe. Deine Talente einsetzen natürlich. Ich würde jetzt eher sagen, ja, Talent ist immer so ein schwieriges Wort, eine Fähigkeit, laut zu sprechen oder laut zu singen. Dann habe ich gesagt, dann geh mal auf die Bühne, dass sie da was machen. Jetzt möchte ich aber schon ein bisschen, wenn ich das darf, in das Leben von Hans Siegel ganz persönlich eintauchen. Lieber Hans, was hat dich unendlich traurig gemacht auf dieser Welt und in deinem Leben? Was mich unendlich traurig gemacht hat. Ich habe meinen besten Freund verloren beim Motorradunfall. Er war 18 und ich war 19. Und das hat mich damals unendlich traurig gemacht. Das war einer meiner dunkelsten Momente in meinem Leben. Wie hast du dir dann wieder geholfen, dass du wieder lächeln hast können und dass du wieder gesagt hast, ich muss jetzt weitergehen. Er wird mich von irgendwo liebevoll im Auge haben. Was hat dir geholfen, Hans? Ich habe viel darüber geschrieben. Ich habe versucht, das umzusetzen, loszuwerden. Lieder geschrieben mit der Gitarre, Texte geschrieben etc. Und habe gelernt, dass das das Leben ist. So ist das Leben. Und bin dann weiter und habe dann Jahre später einen anderen Freund gehabt, mit dem ich dann studiert habe und in der WG gewohnt habe. Und der ist an Mukoviszidose erkrankt. Und irgendwann sagt er, er muss ins Krankenhaus. Und dann habe ich ihn da hingefahren und dann hat er mich angehoffen, das ist Zeit. Und dann saß ich bei ihm am Krankenbett und hatte das Gefühl, wie gut, dass ich das Buch der Trauer für mich schon gelesen hatte. Und dann war er auch unendlich traurig, einen Menschen zu verlieren. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe ein Tool in der Hand. Ich habe das irgendwie gelernt gehabt und ich wusste, wie ich damit umgehen kann. Und wir haben uns angestellt und haben gesagt, das ist irgendwie jetzt komisch. Weil eigentlich, wir wollten beide, haben gesagt, wir müssen jetzt einen großen Abschied machen. Und dann haben wir gesagt, na, wir müssen keinen großen Abschied machen. Wir müssen uns einfach nur verabschieden. Und dann bin ich zuerst gegangen und dann ist er gegangen. Und dann hatte dieses Buch ein zweites Kapitel. Und ich habe damals gewusst, es wird in meinem Leben hoffentlich so schnell nicht wieder, aber es wird in meinem Leben wieder solche Kapitel geben. Und ich finde, so ein persönliches Buch der Trauer ist ganz wichtig. Konfuzius sagt immer, lass los, dann hast du beide Hände frei. Also von dem, was zugesehen. Findest du, dass das eine gute Weisheit ist? Ja, das ist eine super Weisheit. Ja, natürlich. Ja, also man darf nicht vergessen, man kann in der Trauer lachen. Das ist ja ein großes menschliches Ding. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler, wenn man dann nur auf das Ding schaut und sagt, das muss ich jetzt dafür nur so sein. Ich habe irrsinnig viel gelacht, weil ich habe dann Fotos gefunden von meinen Kumpeln, habe ich es angeschaut und das ist ja, wenn es lebendig bleibt, ist es doch schön. Was ich glaube, wo die sind. Du, in meiner Fantasie sind die einmal da und einmal dort. Also ich habe mit meinem ersten Kumpel, den ich verloren habe, gehe immer noch auf Urlaubsreise, weil wir haben einmal eine schöne Motorradtour gemacht und waren in Kärnten. Und dann hat es uns das Gewittert und uns das Zelt zusammengehauen und das war alles furchtbar. Und das denke ich immer noch. Bei dieser Serie sprechen mir natürlich ganz viele Menschen an. Manche sagen, super, das ist so schön, dass wir jedes Mal, jedes Monat eine Kraftquelle haben, wo wir uns ein bisschen orientieren können. Aber ich muss es auch immer wieder sagen, dass es Menschen gibt, die auch sagen, liebe Frau Hengel, ich kann diese mutmachenden Botschaften nicht mehr hören. Ich hebe mir die Ohren am liebsten zu. Was sagen wir denn denen? Ja, dann haltet ihr die Ohren zu. Ist völlig in Ordnung. Es ist etwas anderes, ob man über Themen spricht und man kann sich etwas selber rausholen. Also ob du in die Kamera immer sagst, hören Sie zu, ich habe die Lösung. Das ist immer schwierig. Und ich habe es schon oft erlebt, dass Menschen, die vorgeben, die Lösung zu haben, eigentlich gar keine haben. Sondern es gibt auch so Mutmacher, Wichtigmacher und so. Da musst du aufpassen. Jetzt frage ich dich als Schauspieler. Ja. Immer wieder werden Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, wirken ja auch mit in den Filmen. Ja. Und meistens, oder nicht meistens, nie sind es wirklich behinderte Menschen. Das ist ja wohl schwach, oder? Ja, ja, es ist natürlich schwach. Aber wir haben, sagen wir, relativ wenig Rollstuhlfahrer an Schauspielschulen. Es bewerben sich relativ wenig Rollstuhlfahrer für den Beruf. Es gibt natürlich einige. Es ist natürlich schwierig, Rollstuhlfahrer zu finden, die Schauspieler sind. Wäre der Gruberhof rollstuhlgerecht? Ja, und um mich schon im ersten Stück natürlich. Aber das müsste man adaptieren. So, das ist jetzt das Problem. Aber schön, dass du sagst, wir hatten jetzt eine Folge. Und es gibt da einen Rollstuhlfahrer, der ist ein Influencer, TikToker, weiß nicht, kennst du den, der Official Johnny heißt der. Und der hat gerade letzte Woche, oder vor zwei Wochen, nein länger, drei Wochen, hat der ein Video gepostet auf Instagram, dass er gesagt hat, Leute, ich bin im Rollstuhl und ich weiß, es ist schwierig mit der Sexualität und so, aber ich gehe in Swingerclubs und in Fetisch-Sendern auf Fetisch-Partys. Und das ist super und vielleicht ist es für euch schwierig nachzuvollziehen. Ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Technik, aber ich kriege es irgendwie hin und das macht total Laune und so. Und hat da einen Shoutout gemacht für Sexualität bei Rollstuhlfahrern. Hat natürlich komplett auf die Fresse gekriegt, weil ihn das war, also den haben sie komplett angegriffen. Wie kann er denn als Rollstuhlfahrer sowas sagen? Hat er dann am nächsten Tag, hat er dann das nochmal dokumentiert gesagt, ich habe so viele negative Kommentare gekriegt und hat aber dann weitergemacht. Das habe ich mir gemerkt, weil ich wusste habe, dass ich mit ihm einen Podcast mache. Und wir hatten eine Situation, wo die Rollstuhlfahrerin am Bett des Krankengehenden ist. Und bevor der Dr. Gruber mit der großartigen Diagnose kommt, dass er wieder geheilt werden wird, haben die beiden sich diesmal schon versprochen, dass sie sich lieben und nicht aneinander sein können. Normalerweise sind wir hinterher, du bist gesund, ah, dann bleiben wir zusammen. Das haben wir ein paar Sachen verändert. Jetzt haben die sich vorher schon die Liebe geschworen und haben gesagt, wir bleiben zusammen. Und dann sitzt sie im Rollstuhl vor dem Krankenbett und sagt, ach, weißt du, ich liebe dich so sehr und wir müssen zusammen unsere Ideen, Fantasien und unsere Räume, die Kreativität. Ich kann nicht ohne dich, ich möchte mit dir sein. Dann bin ich rein und ich sage, ich muss kurz da rein grätschen. Und ich sage, was ist mit dem Sex? Cool. Was ist mit dem Sex? Super Öffentlichkeitsarbeit. Total, gell? Dann sagt sie, das steht in dem Drehbuch. Dann sage ich, dann schreiben wir es rein. Dann sagt der Regisseur, ja, wir haben lange darüber gesprochen und es muss man, ah, es ist auch schwierig und weiß man nicht. Und ich sage, ich block das Set und habe gesagt, wenn das nicht reinkommt, dann geh nicht raus, das müssen wir jetzt machen. Und dann hat sie es gemacht und ich habe dann, und er hat eine schwierige Geschichte, die muss ich jetzt kurz dazu hören, er hat es in Dünndamm angelemmt und Leaky Gut Syndrom war schwierig und das wurde aber eine andere Diagnose und Dr. Gruber kommt mit einem Röntgenbild und erklärt ihm das und legt es ihm hin und sagt, da schauen Sie, da ist es angelemmt, wir haben gehabt Leaky Gut, da ist die Abklemmung und das ist durch einen Nerv, klemmt die Arterie ab und dann sagt sie, kann man denen das helfen? Sagt er, natürlich, wir werden den Nerv immer spreizen und da geht die Arterie wieder durch. Und es ist alles super und das Röntgenbild lasse ich da, sage ich und wer weiß, vielleicht ist es nicht das letzte Röntgenbild von euch beiden, was wir gemeinsam anschauen. Und dann haben die das nicht gewusst und dann waren die Borde, da sind es rot geworden und haben gesagt, ach Gott, ach Gott, vielleicht kriegen wir ein Kind. Und das hat die Szene komplett umgedreht, das habe ich wiederum dem Official Johnny erzählt, dem Johannes. Und so haben wir gesagt, jetzt haben wir ein bisschen was für die Rollstuhlfahrer im Film getan, für die Sexualität. Ja, genau. Ein Tabuthema, die, alle Menschen kriegen die Panik, wenn man über das redet. Oder? Ja, das hast du gut gemacht. Also die Gehenden, also die nicht im Rollstuhl sitzen, die kriegen auch dann die Panik. Und dann sagt sie, die Schauspielerin, die hat dann den Rollstuhl mit heimgenommen, hat sie da vorbereitet, hat alles probiert und dass es schwer ist und hat mit dem Rollstuhl sich vorbereitet drauf. Und dann sage ich, was ist, warum sagst du nicht sechs? Und dann sagt sie, ja, ich bin ja querschnittgelähmt. Ja und? Der hat mir auch sechs. Dann habe ich auch gesagt, was ist jetzt? Und fand ich witzig. Ja, aber das ist dann, das ist das, zusammen mit dem Anfang, diese kleinen Momente, die sind oft wertvoll und die muss man vielleicht aussuchen. Und wenn du jetzt sagst, so Lichtblicke, ich glaube, es gibt viel mehr Lichtblicke, wie man meint. Du hast uns ein Buch mitgebracht. Ja. Was steht denn da drinnen? Das ist ein tolles Buch, ich mache da manchmal Lesungen draus. Das ist von Jorge Bucay, einem argentinischen Psychotherapeuten. Und die Geschichte ist, dass ein junger Mann zum Therapeuten kommt und ihn fragt, zu allen Themen des Lebens befragt. Geht es um die erste Liebe und die Arbeit und sein Studium und überhaupt. Und der Therapeut antwortet ihm immer mit Gleichnissen und Geschichten. Ich lese die kürzeste Geschichte vor, die da drin ist, von Jorge Bucay. Und es geht darum, dass er, er kommt das erste Mal zu seinem Therapeuten und er sagt, ich kann nicht, sagte ich. Ich kann es einfach nicht. Bist du sicher? Fragte er mich. Ja, er nichts täte ich lieber, als mich vor sie hinzustellen, ihr zu sagen, was ich fühle. Aber ich weiß, dass ich es nicht kann. Erste Liebe. So, darum geht es. Der Dicke, so nennt er ihn immer, setzt sich im Schneidersitz in einen dieser fürchterlichen blauen Polstersessel in seinem Sprechzimmer. Er lächelte, sah mir in die Augen, senkte die Stimme, wie immer, wenn er wollte, dass man ihm aufmerksam zuhört und sagte, na komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und ohne ein Zeichen meiner Zustimmung abzuwarten, begann er zu erzählen. Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert. Und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hat es mir angetan. Wie ich später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber, und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt, blieb der Elefant immer am Fuß an einem kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigte mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als Sechs- oder Siebenjähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant machte sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag auf der Hand, ja und wenn er dressiert ist, warum muss er denn dann noch angekettet werden? Ich erinnere mich nicht jemals eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Und mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal gestellt hatten. Und vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Da bin ich neugierig. Deswegen hol ich die Geschichte mit, nun mal. Der Zirkus-Elefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einem solchen Pflock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Pflock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst und zieht und schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt. Ich stellte mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert und am nächsten Tag weht und am nächsten Tag wieder. Bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimmste dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Eine wunderschöne Geschichte, Hans. Es ist fast irgendwie eine Geschichte, die mich sehr berührt, weil ich das genauso sehe, wenn ich das eigene Leben von mir betrachte. Dass so viele nicht an mich geglaubt haben, weil ich angekettet bin. Aber dann sind andere Perspektiven gekommen, die kein anderer hat. Und durch das ist das Leben schön. Genau. Ich danke dir. Ich danke dir, Marianne. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich bin überzeugt davon, dass wir eine außergewöhnliche Botschaft jetzt hinausgeschickt haben in die Welt. Und für Menschen, die die Ohren nicht zuhalten, die haben vielleicht ein bisschen was auserkehrt. Und die anderen haben es ja nicht gehört. Ich umarme dich im Geist. Ich dich auch. Und vielen Dank für die Einladung und viel Spaß für die nächsten 29 Sendungen mindestens. Vielen Dank. Alles Gute. Danke, Hans. Danke, Hans.